Hallo? Ah, jetzt geht's wieder. So, sorry für den kleinen Schnitt. Das Programm wollte schon wieder nicht. Der Vogel ist noch nicht bereit, verdammt. Rennen die jetzt hier echt mit dem Karabiner rum? Ach, Mann. Irgendwie nicht, ne? So, nächster. Dann such bitte schneller. Schießen bringt nichts. Wir brauchen den Vogel. Au. Toll, ey. Mann. Keine Munition, gar nichts. Was soll das? Hier haben wir nur die Schrot. Gut. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin grad überfordert Los Hier ist auch keine richtige Munition Irgendwie, oder ich... Ah... Irgend... Mann, Mann, Mann Na, endlich Suche Elisabeth am Bug Moment, wo ist der Bug? Hinten, ne? Äh... Bug? Nein, der... Bug ist doch vorne Glaubst du, der Bug vorne? Da steht sie doch Wow Oh... Oh... Gut Was? Nein. Rapture. Hier hat alles begonnen. Ich bin nicht... Nachdem ich jetzt bei Shock 1 und 2 durchgespielt habe, bin ich hier echt geflasht. Da drüben haben wir angefangen. Hier hat die Reise begonnen in Bioshock 1. Geil. Finde ich Hammer. Gut. Wir nehmen die Tauchkugel. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge von Bioshock Infinite. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ab vine Gas Richtung. T хотел sein, über die Grathe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.